Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht habe ich hier ein süßes Frühlingsdesign für euch. Verarbeitet sind Wraps, ein Farbverlauf und so weiter wie ihr seht. Wie das Ganze funktioniert, wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch hier in dieser Videoanleitung ausführlich. Ich hoffe natürlich das Video gefällt euch, freue mich natürlich auf euer Feedback in Form eines Daumens oder eines Kommentars, da würde ich mich sehr darüber freuen. Aber ich würde sagen wir legen jetzt mal mit der Anleitung los. Als erstes mache ich natürlich meinen Untergrund und zwar diesen Farbverlauf. In das obere Drittel mache ich ein Weiß und in das untere Drittel ein Pink und in der Mitte lasse ich das dann nachher mit einem dünnen Pinsel ineinander verschwimmen, dass es diesen sanften Farbverlauf gibt. Das Ganze mache ich an den anderen beiden Nägeln auch noch und lasse es dann ordentlich in der UV-Lampe aushärten. Den mittleren Nagel werde ich in diesem Pink, das ich auch schon bei dem Farbverlauf verwendet habe, komplett ein Vollcover erstellen und lasse dieses dann ordentlich aushärten. Nachdem die Farben dann ordentlich ausgehärtet sind, entferne ich natürlich erstmal die Schwitzschicht und rauere den Nagel etwas an bzw. mache kleine Unhebenheiten entfernen und den Pfeilstaub entfernen, denn ich möchte ja noch etwas Nailart einarbeiten. Auf die beiden äußeren Nägel möchte ich etwas Glitzer einarbeiten und zwar grundiere ich meinen Nagel nochmal mit einer dünnen Aufbau-Geschicht, arbeite dann dort dieses Glitzer ein und lasse das Ganze aushärten. Ich habe bei den beiden äußeren dann auch schon den Aufbau modelliert und das Ganze aushärten lassen. Danach habe ich weitergemacht mit dem Airbrush und natürlich auch mit dem Wrap, wie das Ganze funktioniert, wie ich das Ganze gemacht habe. Das seht ihr jetzt im Einzelnen, da brauche ich glaube ich großartig nichts zu sagen. Den Wrap verarbeitet ihr ganz normal wie ein wasserlösliches Nageltattoo und tragt das Ganze dann auch auf und zwar macht ihr dann auch unter den Wrap eine dünne Aufbauschicht. Dadurch lässt sich euer Motiv schön in Position ziehen, lasst es kurz anhärten und dann hält euer Motivbomben fest und modelliert dort auch den Aufbau. Wie gesagt, dazu brauche ich glaube ich nicht großartig was sagen. Das seht ihr jetzt in den einzelnen Schritten und dann sehen wir uns beim nächsten Schritt wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nachdem ihr mit euer Motiv zufrieden wart und euren Aufbau modelliert habt und das Ganze habt aushärten lassen, entfernt ihr die Schwitzschicht und befeilt natürlich euren Aufbau. Danach entfernt ihr den Pfeilstaub ordentlich, denn wir kommen ja dann auch schon zum letzten Schritt und zwar die Versiegelung. Ich verwende hier eine Versiegelung ohne Schwitzschicht. Das gibt nachher einen richtig schönen Glanz. Trage diese ordentlich auf, ummantel das Ganze auch ordentlich und lasse es dann zwei Minuten in der UV-Lampe aushärten. Und dann sehen wir uns gleich beim Endergebnis. So, das ist jetzt das Endergebnis. Mir persönlich gefällt diese Kombination eines Farbverlaufs mit dem Glitzer, mit dem Air Rush und dem Wrap richtig gut. Also ich finde ein richtig schönes Frühlingsdesign, aber trotzdem ein absoluter Hingucker. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Freue mich natürlich auf eure Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr euch in Zukunft so wünscht. Aber ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.